Im Stiftung All zum Pflegheim Binningen mache ich die Lehre als Assistent Gesundheit und Soziales. Um meine Tätigkeiten können meine Bewohner zu Terminen begleiten. Wir haben im Haus auch eine Coiffeur, Physiotherapie und Zahnarzt und mit dem komme ich auch in Kontakt. Ich unterstütze meine Bewohner bei der alltäglichen Pflege und serviere die verschiedenen Mahlzeiten den Bewohnern zu. Als Arbeitsländer bin ich bei der Medizinaltechnik auch tätig, wie z.B. den Blutdruck, Puls oder Temperaturen. Spass macht es mir mit den Bewohnern, z.B. spazieren oder zusammen spielen spielen. Je nachdem wie das Wetter ist, können wir auch zusammen einen Ausflug machen. Nach meiner Ausbildung als AGS habe ich die Möglichkeit eine EFZ-Ausbildung als Fachmann Gesundheit anzuhängen, was ich auch gerne machen möchte. Ich empfehle den Beruf an die Leute, die Freude haben mit Menschen zu arbeiten, für uns bereit sind und gerne in einem Team tätig sind. Falls es auf dich zutrifft, verweib dich doch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020